das wird doch eh nichts wenn ich mich bewege naja egal so erstmal auspacken das ist es eigentlich das ist das was ihr bekommt ich habe sie mir gekauft ja falco alles klar ich habe sie mir gekauft für bei amazon bei mein gott für 19 euro so das ist mein ausschalter für das manuelle kann man aber auch wie gesagt habe nach einem video gesehen über die app steuern so erstmal komplett abholen und dann wollen wir mal ja funktioniert perfekto länge stimmt auch sollte jedenfalls stimmen ja dann machen wir es mal wieder aus weil das nervt mich ein bisschen beim da oben hinkleben ihr habt ja unter meinem video bezüglich der kette ziemlich viel gefragt wo kommt die ran braucht die 12 volt 24 volt also freunde es gibt die die weiß ich nicht ob es die auch mit 12 volt gibt müssen wir bei amazon einfach gucken weil usb hat ja fünf volt von daher kommt die in kein zigarettenanzünder döschen sondern einfach in den usb anschluss und ich weiß natürlich nicht ob das bei euch im lkw auch so geht ob der dachhimmel auch so ist ich sag mal relativ feiner stoff wo das 3m band dran hält und wo man es ganz wichtig auch wieder schön easy abziehen kann weil beschädigen wollen wir den lkw ja nicht und es wird scheiße aussehen wenn da so was dran ist so jetzt ist die kette ein wenig zu lang ihr seht das aber ihr seht auch man kann an diesen punkten überall hier kann man die kette kürzen und das mache ich jetzt hier mit weil die kette ist zu lang und die so augen zu und durch zack ja so jetzt hängt sie perfekt doch kein bad mehr nein so jetzt mache ich noch das 3m band warte mal wieder da hin einmal ab einmal hin einmal her wie war das jetzt gleich noch mal war hatte ich die so dran nein ich hatte die so dran so und die easy diese kabel warte ich schraube ich mal kurz wieder ja still halten euch fehlt eine schraube so man kann jetzt wunderbar die kabel das kabelmanagement sage ich immer so schön kann man hier wunderbar beim scan ja hier so ein bisschen drücken ein bisschen quetschen ein bisschen kringeln ein bisschen kleben ein bisschen mieten und dann ist das alles weg das kabel wird verlängert mit dem kabel das kommt dann da hängt hängt jetzt muss ich mal kurz das bett noch mal runter machen mal kurz moment könnt ihr das sehen ja das fummelt hier einfach sie going da muss eigentlich gar nicht in die wand rein also zwischen diese beiden presspappen aber ich finde das schöner ist ordentlicher so wird wieder hoch noch ein punkt beim skyler der mich nervt erst mal das bett was geklappert hat das habe ich abgestellt dieses ding das versuche ich immer mit diesem bett vorhang irgendwie zu fixen dass sich diese stange so wenig wie möglich bewegt gelingt mir nicht immer das ist so ein punkt bei scania wo ich sage leute dieses doofe gepäcknetz bohr eh keiner also ja natürlich braucht einer wenn ihr fernverkehr seite und so dann natürlich aber kann man eigentlich abmachen nach oben ich glaube nicht das bleibt alles ist nicht abbaubar und die stange ist innen drin irgendwie klappert die ganz blöd ganz blöd gelöst so powergabel ist hier unten noch ein bisschen hier rein fiedeln und dann meine damen und herren ist die kette wieder einsatzbereit morgen guten morgen montag 8 uhr und zwei minuten bin in stordi beim turm ein kollege ist vor mir ist ein bisschen eng der turm hier es ist immer irgendwie muss man auf den staplerfahrer warten bis der einen bescheid sagt dann fährt man hinten hin dreht irgendwie ich war hier schon mal vor jahren ich dachte erst das wäre der eine der eine turm in meinem video wo ich das mit den eisplatten erklärt habe wo rechts die ganzen anhänger standen aber das ist hier nicht ich komme auch dass ich hier tatsächlich nicht drauf welcher turmbark das war wo ich da war wo ich euch da mit den eisplatten erzählt habe ziemlich eins meiner ersten videos glaube ich mit also ziemlich am anfang meiner meines youtubes leben youtubes leben naja auf alle fälle ich werde jetzt auch vorerst mal hin wackeln ich werde dir mal sagen dass ich die ganze lehrgut mitnehme und so weiter und so fort ja ja schönen guten morgen ich habe jetzt auch im auto beleuchtung ihr wisst ich bin so ein led fetisch ist ja wir haben es dienstag 6 uhr morgen morgens und ich fahre jetzt gehen süden riecht das gut im lkw das merkt man sofort wenn der schichtfahrer der raucht mehrere tage nicht auf dem lkw ist dann ist das klima im lkw gleich ein ganz anderes ein viel geileres ich weiß jetzt werden sich alle raucher wieder angesprochen fühlen aber leute es ist nun mal so ich habe selbst geraucht und als raucher riecht man das nicht das ist mir bewusst aber für nicht raucher ist das das paradise on earth yes so alles an alles bereit einmal um lkw gehen und dann erkläre ich euch was jetzt phase ist weil gestern ein bisschen abrupt beim turmmarkt und jetzt gibt es den cut und ich sitze morgens um 6 uhr im lkw fahr den süden machen wir gleich vor allem auch vor den reifen gucken weil irgendwelche vollidioten meinen immer mal wieder uns irgendwelche nägel vor die reifen zu legen alles gut aus sieht alles gut aus können wir losfahren so ja was ist los was hat damit auf sich so normalerweise habe ich nordschicht wie gestern ja auch gesehen war ich in stade beim turmmarkt und dann war ich auf dem heimweg und habe dann um 11 uhr mit meinem disponenten marcus gesprochen weil ja mein kollege urlaub hat die woche noch war es eigentlich so geplant dass mir entweder ja dass mir fernfahrer immer ein auflieger nach nordheim vorzieht ich ihn auslade und wieder nach nordheim fahre pause mache und immer so weiter außer auch ein tag müsste der lkw runter wegen tanken so hat man es geplant jetzt hat sich montag sprich gestern ein anderer schichtfahrer krank gemeldet somit sind zwei autos nur mit einem mann besitzt und da haben sie gesagt dann machen wir das so wir fahren beide mit unseren autos weiter wir hätten noch sagen können ein auto bleibt stehen oder kommt auf den hof und der eine fahrer oder ich wäre auf den anderen lkw drauf gesprungen wollte ich aber nicht weil der liebe wolle raucht ziemlich viel und ziemlich stark und ja deswegen haben wir es so geregelt dass wir beide unsere autos behalten und ich weil ich die sütschicht lieber fahre in die spätschicht wechsle was ich jetzt hier mit mache es ist ja morgens um 6 uhr da ich aber gestern um 14 uhr feierabend gemacht habe ich kann ja nicht ewig stehen bleiben fahre ich jetzt so halb 7 fahre ich los dann bin ich so um 10 uhr halb 10 in der firma und dann sind schon die ersten auflieger für den nächsten tag fertig geladen bei der rewe wenn ich aber die nacht los gefahren wäre wäre nichts fertig gewesen und ich mir werde schichter weg gelaufen deswegen so ja und ich werde jetzt dem lieben wolle immer auflieger entgegen ziehen nach nordheim rest der woche das war mal so kurz zur erklärung warum ich jetzt ziemlich früh in die spätschicht fahre also gewechselt habe deswegen für mich ist ja heute spätestens um 21 uhr feierabend schichtzeitende 15 stunden und dann habe ich ja bis nächsten tag also bis mittwoch bis wolle wie er da ist mit mittag rum feierabend und dann bin ich ja in der regulären spätschicht zeit ab voll egal